Sherlock Holmes, Fantastische Tierwesen oder ganz klassisch Liebe braucht keine Ferien. Was diese Filme gemeinsam haben? In allen drei spielt Jude Law mit und den schauen wir uns doch immer wieder gerne an. Der britische Schauspieler ist und bleibt zum Dahinschmelzen. Seine guten Gene hat der 48-Jährige glücklicherweise an seine Tochter weitergegeben und wir können nur sagen heiß, heißer Iris. Der 20-jährigen Granate mit ihrem Schmollmund und den verblüffenden, türkisfarbenen Augen kann doch wirklich niemand widerstehen. Ganz wie der Papa und ihre berühmte Mutter, Schauspielerin und Filmproduzentin Sadie Frost, ist Iris nicht nur bildhübsch, sondern auch unheimlich talentiert. So macht sie 2015 ihre ersten Schritte in die Modewelt und fasst Fuß. Im März 2020 gibt Iris auf der Paris Fashion Week ihr Laufstegdebüt und tritt damit in die Fußstapfen ihrer Patentante Kate Moss. Außerdem modelt sie für Bulgari, Dior und das spanische Modehaus Luebe. Neben ihres Modeljobs widmen sich die 20-Jährige derzeit einem Textilstudium und kreiert Rezepte für ihr virtuelles Kochbuch, mit dem sie Spenden für gemeinnützige Organisationen sammelt. Der Schauspielerei ist das Model ebenfalls nicht abgeneigt, denn, wie vor kurzem bekannt wurde, ist sie in den Cast von Danny Boyes neuer Dramaserie über die Sexpressors aufgenommen worden. Wie der Vater, so die Tochter. Von Iris werden wir in Zukunft sicher noch mehr hören. Für den